Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde des Survival Games auf dem Minecraft Server. Ich weiß nicht genau welche Kiste wir uns holen sollen. Also ich bin für die, der und haben da schon eine schöne Holzaxt. Stick, ja! Das ist nicht das was ich brauche. Jetzt rennen wir in diese Richtung da. Ziehen uns hier dieses Ding an. Und wir werden jetzt erstmal hier rechts die Kiste holen, weil wir noch da ist. Ist nicht mehr da. Aber jetzt rennen wir auf jeden Fall nach hier unten. Und zwar habe ich letztes Mal Diamantos übersehen. Jetzt holen wir erstmal die Kiste da. So, müssen wir was zu essen. Nicht schlecht. So. Jetzt schwimmen wir die Leiter hoch. Gehen hier rein. Gucken, ob wir hier noch irgendwas Gutes finden. Hier muss irgendwas sein. Wahrscheinlich habe ich das jetzt übersehen, aber das interessiert mich gerade nicht. Da ich jetzt gerade kurz davor bin, die ja schwätze haben. Und zwar gehen wir jetzt hier runter. Und hier, letztes Mal habe ich nur diesen abgemacht. Aber hier ist noch ein zweiter. Ähm. Ach da, gut. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Und da haben wir ein Dierschwert. Jetzt habe ich auch schon gleich meine eigene Route. Warte. So. Zack. 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 So. Da oben ist jetzt keine Kiste. Hier ist nur noch Scheiß. Ah ja. Es packt mega rum gerade. Hier ist nichts Brauchbares. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste. Ne, wir werden uns hier mal wieder rausbegeben. Und jetzt lässt man halb das hier nicht geschafft. Aber jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Mal voll essen. Okay. Jetzt kann ich das mal rausbegeben. Das könnte länger dauern. Aber wir werden es heute noch schaffen. Jupp. 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 Und so draus. Hier haben wir noch eine Lederkappe. Haben wir schon. Nein. Sie sind noch gar nicht draußen. Okay. Man muss echt viel tun für ein Dierschwert. Muss ich gerade nur sagen. Vielleicht sollte ich hier auch einfach mal zum Schluss mal hingehen und dann DM schreiben und dann hier reingehen. Und dann eben so, dass ich dann hier rausgeportet werde. Dann muss ich dieses Jumping Warne nicht machen. Aber ich bin so dumm, ne? Ich komme hier noch raus. Das schaffe ich schon noch. Komm, so schlecht kann ich jetzt nicht sein. Komm. Ah. Ficken. Na, back. Bin ja auch dafür. Bin ich raus? Bin ich raus? Ja. Ich bin raus. Ja. Ich bin raus. Aber kein Kompass. Die ist ein bisschen doof. Beim Kompass könnte ich jetzt auch immer gucken, wann andere Leute sind. was hat die Drop Incoming? Da ist noch nicht viel drin. Okay. Da wurde hier schon leer gelootet. Da werde ich jetzt einfach versuchen andere Spiele zu snaken. Ich bin raus. Ein bisschen schwenkt. Ein bisschen schwenkt. Denn Max hat mir erzählt, als er sich die Folge angeguckt hat, dass er sich mega aufgeregt war, weil ich den zweiten Gear nicht gefunden habe. Ja, kann ja verstehen. Aber jetzt habe ich ja alles geschafft. Ist doch easy, easy, easy. Erfahrungstrang. Leider kein ganzes Level. Der wird wahrscheinlich jetzt den Hund. Den Hund quieken. Ja. Halt die Fresse. Lederkappe. Ich werde davon reden. Und hier haben wir noch ein geiles Brot. Und ich hoffe, ich gewinne diese Runde. Denn ich habe es geschafft, ein Gegnerschwert zu holen. Und ich werde jetzt jede Runde, die so laufen, denn... Und dann werde ich auch mal besser in diesem Scheiß-Jampo-Ram. Und all Feinden und Gegners. Wie Schaden macht das? Sieben. Das ist doch egal. Da? Ne. Keine Kiste. Mosche ist hier. Bia. Oh mein Gott, da kommt es für den Schneesturm. Ich will nicht wieder wie ein letztes Mal enden. Ich hab's gehört. So, erstmal hier wieder voll essen. Ich glaube, ich hab gerade meine Axt geworfen. Ich find keinen anderen Spieler. Nein, weiß ja nicht. Vielleicht war hier noch keiner dran. Okay. Hoffnung kann man haben, meine Lodidu. Hoffnung kann man haben. Vielleicht täglich alle denn so, Jo, ich lauf weiter weg, weil ich Angst habe, weil es übrigens schnell zu werden, da läuft ja keiner hin. Aber natürlich denkt sich das keiner. Wir denken sich, lass von Johnny Plus kein Loot mehr über. Ich hasse mein Leben, ne? Egal, ich lag diese Runde hoch. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games. Nachdem ich eben abgekackt habe, obwohl ich ein Dearshit hatte. Jetzt werde ich jetzt mal nochmal mein Glück fest suchen. Wieso schlägt er einfach auf mich ein? I don't understand yet. Und wir hauen ab und zwar nach da. So, erstmal hier Lederharnisch anziehen. Und den da wegziehen lassen. So, zack, lo. Verfolgt uns? Nope. So, folgt keiner. Wo ist hier eine Kiste? Okay, hier kommt gleich einer. Da werde ich mich erstmal hier verstecken. Ich habe leider auch keinen Stick. Oder habe ich einen Stick? Ne. Da hinten ist noch eine Kiste. Vielleicht soll ich jetzt also jetzt das Jump'n'Run machen. Aber erst hole ich mir das Fleisch. So. Und ich hole mir jetzt erstmal hier eine Spitzsacke. Damit bin ich, glaube ich, erstmal gut ausgerüstet als Waffe. Die macht auch vier Schaden. Und jetzt gehe ich mir kurz hoch und schnetzel ihn nieder. Wenn ich dieses scheiß Jump'n'Run schaffe. Weißer Sprung geschafft. Zweiter Sprung. Ich sollte mich vielleicht nicht so beeilen. Ganz ruhig, Johnny. Du machst das. Zack. Zweiter Sprung. Geschafft. Und... Ja. Ich bin so geil. Der ist nicht gesprintet. Das war ein Sprint-Bug. Haltet alle die Fresse. Ich schaff das. Oh Mann, wieso können die nicht einfach hier eine Leiter hinbauen? Was können die hier eigentlich? So. Stick. Ja, Stick. So, Werkbank da hinten. Kann ich, glaube ich, auch von da oben bedienen. Hauf jetzt zumindest. Mist. ich tue das ja ich bin hier gerade runter gesprungen aber dafür habe ich jetzt ein dirschwert und diesmal meint das auch jemand eine leichtigkeit und guck da kann ich mir noch ein steak einsammeln die sind alle glücklich so jetzt macht das hier mal an einem durch so zack 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 easygoing hierauf und hierauf und hierauf und darauf und hierauf und schon sind wir um angekommen wie gesagt und schon so lange und jetzt gucken wir mal ob wir noch neue kisten finden und ob er irgendwelchen typen schnitzeln kann da ist schon jemand jod was hat er getan habt ihr es gesehen ich würde mich jetzt gerne einmal kurz ausrüsten reinig eisenstiefel kettenhelm reinig 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 brauche ich habe ich auch feile ein reinig reinig nein ein mal neu sortieren, zack, zack, zack. Scheiß auf sortieren. So. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Da. Ich habe so das Gefühl, dass das auch nicht die richtige Richtung ist, aber. No. Verwärts. No. Hat sich voll gelohnt. Ist da jemand? Wir laufen jetzt in die Richtung. Ja. Oh. Oho. Mein Leben. Mein Leben. Mein Leben. Boah. Knapp. Gut, dass ich da nochmal schnell drauf geachtet habe. So. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu einem. Und da haben wir ein verzauertes Dierschwert. Beste Runde. Beste Runde. Und jetzt werden wir uns eingehudeln und ihnen zu Tode schnell zählen, wenn ich wüsste, bevor sie sich alle aufhalten, die Schattenleutscher. Alter, das schmattet schon Schnee. Und das wurde schon so gebraucht. Ich schwör. Und das war alles. Okay. Bop. 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 Bogen wollen nicht vielleicht kein Pfeiler. hier kommt wo sind die gar nicht so wenig aber ich finde ihn nicht ich schätze die ganze menschheit ich nehme hier ganz in der nähe schnauig schnauig Egal, ich geh zu. Egal, das war es jetzt mit dieser Folge, wenn es euch gefallen hat, gebt vielleicht ein Like oder ein Abo oder wenn ihr mal mit mir zusammen spielen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, das wäre nämlich super geil und der ist mein Verzauberzieher, du scheiß Wichser. So, wir sehen uns beim nächsten Mal, tschüss. So, wir sehen uns beim nächsten Mal.